Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Persona 3 Reload. Und wir haben die erste Aschen Vollmord rum. Ich dachte gestern echt, wir wären alle erledigt. Aber du hast uns geredet, als du die Bremse gezogen hast. Ich bin froh, dass du da warst, Alter. So gut am Leben zu sein. Kaum zu fassen, dass ich noch lebe. Wenn noch nichts wärst, werde ich garantiert tot. Also danke. Mono Reim müssen solche Angst gehabt haben. Als die Darko zu Ende war, waren sie so weit ab vom Kurs. Angst ist wohl noch stark untertrieben. Fährt um die Uhrzeit denn sowieso eigentlich kein Zug mehr? Wird sicher immer geheißen, dass nach 11 oder so die Züge stehen bleiben? Ach ja, stimmt. Das ist ja ein fiktives Japan hier oder eine fiktive Stadt. Gangen wärst du nicht in solche Gefahr geraten, aber... So frustrierend es ist, ich kann nichts mehr daran ändern, aber ich komme auf jeden Fall in einem Monat zurück. Noch einen Monat, Alter. Eigene Inkompetenz hat während des Einsatzes zu einer schwierigen Situation geführt. Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Das ist sehr lieb von dir. Aber ich glaube nicht, dass ich mir selbst verzeihen kann. Sollte sich in Zukunft wieder eine solche Situation ergeben, verspreche ich, dass ich bis dahin stärker sein werde. Äh... Was mache ich jetzt eigentlich? Meier noch mal durch. Oder hatten wir das schon? Ne, haben wir noch nicht. Hab ich noch eine Nachricht? Lieber mal gucken. Wieso hat er meine Nummer? Ach, die alten kann ich unter der Woche ja auch anklotzen. Soll online sein. Ich glaube nicht, dass unsere Bindung sich weiter vertiefen wird, auch wenn ich mehr Zeit mit Maya verbringe. Hä? Geht es nur nie weiter? Nicht, dass unsere Bindung sich weiter vertiefen wird. Okay. Dank der Hierophant-Persona näherkommen. Ich habe das Gefühl, dass alle Pound nicht uns bald näherkommen. Soll ich zu Pogworms gehen? Zum Antiquariat. Das ist ein Antiquariat? Ich dachte, das andere wäre das Antiquariat. Guck mal, ob sie das Gefühl haben, dass wir uns tankten. Äh, ja, gut. Das hast du mir gerade schon erzählt, Alter. Das ist ja, alter, Phil. Oh, du hast mir geschrieben, ich soll gucken. Oh, ich habe gerade nach Gekko-Con gehen. Äh, ich warte hier. Äh, äh, sie wird nicht falsch sein. Äh, in der Moment, warum nicht du mich aufhörst? Äh, du hast Angst? Hier, ich habe etwas, was wir können. Äh, warte, wo sind die Autoren? Äh, ich weiß nicht, wie ich hier eine Sache herausfinden, ohne meine Frau. Äh, äh, du hast gerade zurückgebracht, äh, in... Äh, äh, in... 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 Was passiert? Äh, in... Was hat dich in den Sinn bekommen, Lieber? Geh ein tiefes Lass. Du solltest besser wissen, als zu weit zu deinem Alter zu gehen. Hier, trink das. Und hier ist noch etwas für dich, auch. Hä, ich dachte, der findet die Becher nicht? Zähl auf einen Tee. Äh, judging by her Reaction, it seems the rumors might be true. The Persimmon-Tree we told you about. You know, the one by the walkway at your school. My wife heard a rumor that it was gonna be cut down. And she almost fainted. Was? Das ist nur ein kleiner Baum, was ist mit dem? Do you know anything about this? Ich muss mir sorgen. Mitsuko-san zählt anscheinend auf mich. Ich will, dass wir uns näher kommen. Ja, aber was ist mit dem blöden Baum los? Welche Löffel bin ich eigentlich schon? Oh, 4. Wahrscheinlich könnt ihr mit dem auch nochmal weitermachen. Ich weiß, ich habe es so gemacht, wie etwas sehr wichtiges. Aber nur, wenn es für dich convenient ist. Sag uns, wenn du etwas über den Persimmon-Tree hörst. Ist das alles gut? Ist das alles gut? Ich verabschiede mich. Oh mein Gott, der Baum. Oh, hier habe ich schon mal einen Gänanfall, Alter. Um die Uhrzeit. Hallo, das ist Elisabeth spricht. Achso, ich habe es kurz überlegt. Ich würde es empfangen, wenn du in die Velvet-Rumme kommen würdest. Es ist eine Sache, die ich mit dir diskutieren würde. Es ist eine alternativen Entrance, die du benutzen kannst, in Polonia Mall. Du musst nur die Tür suchen. Nun, dann, werde ich dich ansiedeln, auf deine Begegnung zu erwarten. Aniedsend? Also, das ist nicht ängstlich? Warte, wenn du nur auf mich, worüber sie reden möchte, ich soll zum Polonia Einkaufszentrum. Paulina, das habe ich immer gesagt, ne? Polonia. Können wir eh nicht merken. Wahrscheinlich wird es wieder irgendwann Paulina sein. Ich gehe jetzt zum Eingang, das war mit Rooms. Ist hier irgendwas? Nein? Ich kann eh nichts anderes machen. Sie steht vor dieser mysteriösen Tür. Mysteriöse Tür? Wir kennen die doch. Ich entschuldige, dass du dich auf so kurzen Noten kommen würdest. Wahrscheinlich gesagt, ich würde dich ein Favorit fragen. Ich habe mich für jemanden von Exzeptional Begegnung. So, wenn du Zeit hast, du mindst auf einige meiner Begegnung? Auf speziellen, ich kann dich auf einen bestimmten Begegnung auf bestimmten Begegnung. Natürlich, du wirst du glücklichst für die Begegnung. Ich freue mich auf Ihre Begegnung und hoffe, zu sehen, dass du deine Begegnung demonstriert. Ab jetzt kann ich Aufträge von Elisabeth annehmen. Das war das Elisabeth. Sprechen um einen Auftrag anzunehmen und jetzt den Bericht erstatten. Elisabeth erteilt dir die verschiedensten Aufträge, zum Beispiel nach Items zu suchen oder bestimmte Personas zu fusionieren. Für abgeschlossene Aufträge erhältst du eine Belohnung. Zu bestimmten Zeiten des Jahres gibt es vielleicht mehr Aufträge. Sonst sind manche Aufträge erst verfügbar, wenn du einen bestimmten vorherigen Auftrag abgeschlossen hast. Ein Deadline. Wenn du diese verpasst, läuft der Auftrag ab. Seid dich ruhig um. Du akzeptierst eine Reaktion? Sehr gut. Jetzt, lass uns deinen Report hören. Oh Mann, du hast die Reaktionen bereits erfüllt. Äh, wo zur Hölle bekomme ich denn Kiefernhaut? Die Welt, in der du lebst, ist so schmerz und kalt. Es ist eher schmerz. 37.15. Okay, ist jetzt auch nichts bestandes. Bring mir einen Proteinshake. Hast du schon mal einen Proteinshake probiert? Ich frage mich, wie er wohl schmeckt. Würdest du mir einen bringen, um mal eine Neugier zu stellen? Kannst du ihn irgendwo käuflich erwerben? Okay, das können wir gleich machen. Wofür habe ich ihn jetzt schon? 133 bereits. Bring mir Kiefernhauts, das fürs Bogenschießen genutzt wird. Angeblich sieht das so aus wie Sojapulver. Jemand, der dir nahe steht, soll es besitzen. Komm, du denkst an es. Ich würde dir gerne mitteilen. Es gab jüngst eine Veränderung im Tartarus. Versperrter Weg steht jetzt offen. Sichere Reise. Zufallversperrter Weg ist nun frei. Das soll ich bei meinem nächsten Besuch im Tartarus überprüfen. Ich bin gerade überlegen, ob wir das nicht gleich machen. Wohin wir ja erst gequaltet haben, ne? Wohin wir ja nicht. Wütenden Würfe besiegt. Irrtlichtrauben besiegt. Relikt des Hellsehens besiegt. Zu Wild Duck Burger gegangen. In dein Zimmer gelernt. Es ist ja geil Kaffee gegangen. Okay, gespielt. Ich bin immer wieder der Fuse. Ich bin immer wieder der Fuse. Wir können also ein bisschen ruhen. Ich hab's halt erst, wenn ich wirklich gut bin. Ich meine, das genau ist der Fuse. Und gut. Nein! Wo hat die eigentlich ihr Zimmer da oben? Hinzu Freier Raum Nicht in dem Zimmer, ja gut, das ist klar, die hockt da unten Was ist denn da? Aquafena, Ceylon Tee, Starwix Okay, wir gehen in unser Zimmer und lernen da ne Runde Ich will schauen, dass wir mal auf 3 kommen Wobei man Mut eigentlich auch hoch bringen sollte Damit wir später den einen Arcana holen können Beziehungsweise den Confidien Sternzeichen? Ne, Sternzeichen ist ja auch noch Das geht ab, Alter Ein weiterer grannter Tag mit unserem guten alten Kumpel Schlafmangel Aber vorgestern, das war irre So einen Nervenkitzel hab ich noch nie erlebt Der auch zuerst in letzter Zeit echt aufregen wird Irgendwie schon Ja, oder? Wir haben quasi den Kampf gewonnen Die Stadt vor der Zerstörung, Geradette Krass ist das bitte Ja, wenigstens meckert er jetzt nicht mehr rum Wie so ne kleine Tussi, Alter Wegen Entstanden Inzwischen wird im nächsten Monat losgehen Wir haben nicht mehr damit haben Speziell diejenigen von euch, die im Unterricht gerne einschlafen Ihr sollt euch zu Hause besonders das Zeug legen Nicht wahr, Juri? Pampf Nun werden wir euer Leben lieber wegwerft Indem wir während eurer Zeit als Schüler in ruhige Kugel schiebten Meinetwegen, ich kann euch kaum davon abhalten Schein, als würde das diesmal dauern Ich bin müde Ich werde ein paar Minuten die Augen schließen Wach bleiben Zu meiner Zeit lebten wir bei weitem nicht in solchem Wohlstand wie heute Haben wir alles getan, um ein besseres Leben zu haben Aber trifft das auch auf die jungen Leute zu, hm? Mich fragt es der materielle Wohlstand unserer Gesellschaft Zu Lasten der spirituellen Wohlstands gegangen Und gegen, äh Isse Monokatari Ich stelle den Wachtrupplein Weil man den Vortrag verfolgt Intelligenz aber, oder? Gut Unrecht ist für heute vorbei Oh, warte mal, äh Stadtplan Ah, da isse Ich geh zu klein Du bist gekommen Ich hab auf dich gewartet Spiel mir Spiel Ich hab mit Maiko gespielt Hey, hey Was willst du zuerst machen? Es ist deinem Turn, okay? Du gehst zu wählen Kälter Stange Kälter Gerüst Wippe Wippe Awww, ich mag den Seesaw Es macht meinen Kälter Ich will nicht nach Hause gehen Ich mag dich da nicht Können wir hier ein bisschen länger bleiben? Ich glaub you Meine Mutter und mein Vater... Alles was sie tun ist, ist zu kämpfen. Und... ... nur den anderen Tag... Sie sagten, dass sie einen Divorce bekommen. Ich habe ihnen nicht gesagt, aber sie werden nicht hören. Sie werden wahrscheinlich nicht über mich interessieren. Hey! Du spielst mit mir später, oder? Okay, wir sind Freunde jetzt. Wir sind hier an Mondays, Wednesdays und Saturdays. Du musst mich sehen, okay? Oh, es ist dich. Willkommen zurück. Wollt nicht super trinken, also kümmere dich drum, wenn du mal Zeit hast. Danke. Ja, das geht überhaupt nicht. Wir spulen jetzt erstmal zurück. Äh, System? Äh... Zurückspulen. Wir spüren jetzt erstmal zurück. Klassenzong. Gott sei Dank, geht das relativ fix. klettergerüst ich kriege keine punkte ok ist wahrscheinlich egal ok also was lange draus war komplett umsonst mit der mann was doch gleich was soll ich denn eigentlich machen ich habe ich doch nicht mal aus der reihe von konsolen das kameras hat sich wohl selbst angeschaltet eine videoaufnahme gemacht sollte mir die videoaufzeichnung ansehen ansehen 10.05.2009 1 uhr 23 starte wiedergabe äh 32 die kommandozentrale ikutsuki ist allein und schreibt etwas shadow in the middle of town it managed to take over public transportation i should investigate whether this means it's finally begun the monorail i bet this subject would make a good one liner oh to overrun large machines is unprecedented so 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 entschuldigung ich habe das mikro aus gehabt fuck ich habe was getrunken auf was ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte und jetzt blöd auf dem bildschirm stand wusstet weil ich zu dumm war das zu merken seht ihr rechts neben dem notebook und links neben dieser stuhllehne neben dieser grünen das sind noch diese roten und weißen knöpfe oder grauen knöpfe wer zu hell baut so einen scheiß ich meine es ist so hey ich habe hier fünf oder zehn neue knöpfe rumliegen schmeiße ich die einfach mal irgendwo auf die konsole damit sie dumm ausschauen ich meine du musst doch die schönen nebeneinander sortieren diese knöpfe damit sie auch sinn machen aber doch nicht und warum drei große rote fünf weiße normale und dann zwei rote oder oranjene kleine okay weiter genug gerandelt umsonst oh 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 scheiße was ist es mit mir heute? ich bin auf einem roll ah besser diesen auch schreiben ha 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 unf intellectually Also be prepared for heavy lifting during a mission. Because shadows aren't light. Oh, whoa, I'm getting a little off subject. Oh, but who cares? Hey, I should write all these down and show them off the next time everyone gets together. Don't care for seafood? They also serve ground beef. Oh, this has nothing to do with the status report anymore, but I'm having a blast. Let's see, what else? Kennt der da eigentlich? Lagerraum. Vielleicht ein Lagerraum? Ne, da werden die leicht gestapelt von den anderen, die immer gefragt sind beim Kämpfen. Oh. Ich krieg zu wenig Zwielichtsfragmente. Nicht öffnen, falls geöffnet schließen. Was? Ach so, ja. Ich geh mal um. Nehmen wir noch K3. Das zieht sich teilweise manchmal echt schlimm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das erste nicht schneller geht wie die anderen. Jetzt schon wieder. Bis Dienstag. Jo, wir beide haben noch nie richtig abgehangen. Kommen wir mir wie ein guter Moment für eine Auszeit vor. Also wie wär's mit mir? War Spaß. Ich bleib in der Klasse, also sag einfach Bescheid, wenn du Bock hast. So abhängen wollen. Vielleicht treffe ich mich im Jahr nach der Schule. Schreiben dir hin und wieder, um dich zu fragen, ob du mit ihnen abhängen willst. Einladung annimmst und Zeit mit deinen Freunden verbringst, kannst du deine Bindung zu ihnen auch außerhalb des Social Links vertiefen. Noch mehr Einladung kann schnell zu einer weiteren führen. Sei also proaktiv und hänge mit deinen Freunden ab. Ablehnst oder deine Beziehung ignorierst, kann das ihr Wachstum bremsen. Zeig deinen Freunden, was sie dir bedeuten, indem du Zeit mit ihnen verbringst. Ja, okay. Hast du schon gehört? In den letzten paar Tagen gab es weniger neue Fälle des Apathie-Syndroms. Senpai meinte, das liegt bestimmt daran, dass wir den Schatten besiegt haben. Wenn das so ist, haben wir einen ziemlich guten Job gemacht. Dank unserer harten Arbeit. Da bin ich froh, dass wir das durchgezogen haben. Können auch nicht feiern. Wir haben nächste Woche noch Zwischenprüfungen. Hoffen wir mal, dass sowas nicht nochmal passiert, bevor sie vorbei sind. Vor Zwischenprüfungen, Jumpe hat mir da was erzählt. Anscheinend belohnen Kiricho-Senpai uns in der Prüfung gut abschneiden. Aber ihre Ansprüche sind sicher so, dass wir nur was bekommen, wenn wir zu den 10 Klassenbesten gehören. Zeit mit dem alten Ehepaar verbracht, Zeit mit Jumpe verbracht. 99% 0 Tartarus, geht's wahrscheinlich heute nicht, dass wir reinkommen. Yo! Gehst du zurück ins Wohnheim, gehen wir in eine Arcade? Ich habe schon vorher getextet, deswegen, oder? Hab ich eingeladen. Meine Schaus sind besser kennenzulernen. Soll ich zwei Bisschen für herberbringen? Ich glaube, die waren neu, die Sachen. Das ist richtig! Cool, dann los. Die Vorstellung gefällt mir. Warte mal, bekommen wir die nicht auch? Dude, right? Und auch noch, unsere Power muss aus dem Herzen kommen, right? Das ist warum ich denke, Comics und Games geben uns ein bisschen Inspiration. Versehen, dass die Herzen in der Aktion, mich auf und hilft mir die Bedeutung besser. Wissen Sie was ich? Aber hey, vielleicht ein paar Tage, jemanden wird ein Spiel über unsere Erdvenstürung. Ich meine, wir haben uns überraschiert, die Menschen geschehen, wie in der Moderator. Wir haben das einen Kuss gemacht, nicht? Wie viele Leute wissen? Du wirst mich nie übertreffen, das ist das Mindestste, das ich aber Du wirst mich nie übertreffen, das ist das Mindestste. Das werden wir ja sehen. Oh ja? Das ist dein Juni, Freund. Oh, willkommen zurück. Ich kann doch gerade die Notiz einer Freundin besorgen, ich muss wirklich mehr für die Zwischenprüfung lernen. Ich bin in Tatras gekommen, tut mir leid. Ja und zu zweit gehe ich da bestimmt nicht rein, bin ich bescheuert. Ich bin in Tatras. Ich bin in Tatras. Ich bin in Tatras mit rein. Ziemlich viel los, ich muss effizienter als sonst arbeiten. Gäste bestellen heute sehr viel, das Café ist voller Pheromone. Pheromone? So viel los war, habe ich auf Beschwerden über den langsamen Service ganz ruhig reagiert. Ich habe keinen Bonus gegeben, danke für deine Hilfe an diesem hektischen Tag. Das war der Bonus. Gut, ich habe bewältigt Mut und Charme gesammelt. Ja, normal. Kann ich jetzt in das blöde Ding gehen? Ist schon spät, ich soll jetzt zurück ins Wohnheim gehen. Soll ich jetzt sagen, passiert irgendwas, weil es so lange lebt? Ich höre die Leute reden. Ich habe noch kein bisschen für die Prüfung gelernt, ich kann mich zuhause einfach nicht konzentrieren. Gehen zum Lernen kann ich nicht, weil mir dafür das Geld fehlt. Geh doch in die Bücherei, Bibliothek. Entschuldigung, man findet jede Menge Material zum Lernen, das Ganze kostenlos. Stimmt eigentlich, da könnte ich wirklich mal lernen. Ah, ich würde so gerne den Genieteller im Wakatsu leisten können. Glaubst du, die Sache stimmt wirklich, dass er einem schon ein einziger bisschen klüger macht? Das reichen Leute, haben es gut. Genieteller im Wakatsu? Wir gehen dahin dann. Wir sind ein Genie. Ein Genie. Okay, die Klasse beginnt. Heute besprechen wir die Erdradation. Die Erde dreht sich alle 24 Stunden um ihre Achse. Okay, bitte nicht einschlafen, das ist zwar Grundwissen, aber wichtig, um den Rest des Unterrichts zu verstehen. Mal sehen, Miyuki. Kennst du Leon Foucault? Leon Foucault? Französischer Physiker, der Experimente zur Erdradation durchgeführt hat. Hat er für solche Experimente genutzt. Ähhh... Sandu nicht. Planisphäre, hört sich komisch an. Pendel. Yes! Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube die Antworten sind zwar jetzt... also... Also wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Antworten damals einfach anders waren in Persona 3 als in Persona 3 Fass oder im PSP-Abenteuer. Oder in der erweiterten PSP-Version, sagen wir es eher so. Aber ich glaube, die haben andere... Also wenn es hier wirklich neu ist, die haben hier andere Antworten genommen, aber die richtigen Antworten offensichtlicher gemacht. Wie bei Mütter oder wie der Scheißkreis. Ich habe keine Ahnung. Das war ja eigentlich schon fast offensichtlich, dass es die ist. Klang aber falsch. Irgendwie. Aber es war halt die einzige spezielle... Das einzige spezielle Wort in den drei Antworten. Genauso wie hier halt. Sandu ist komisch, das andere kennt man nicht. Pendel hört sich am richtigsten an. Vielleicht gibt es Nachbauten davon. Einmal umblättern bitte, oh ein Beispiel. Das Englisch. Springen wir mal und dann mal ein Experiment. Okay. Meine Antwort war richtig. Klasse, sieht mich voller Respekt an. Oh nein, ich kriege wieder Scham, oder? Fuck you! Ich will keinen Scham! Wenn ich sowas beantworte, will ich Intelligenz haben. Gib mir Intelligenz. Ich will schlau sein. Helft mir. Und ich führe heute vorbei. Blöder Schüler zum Lernen geöffnet. Prüfung nächste Woche ausnutzen. Zeit mir Suimitsu? Who the fuck is that? Ah, Suimitsu ist der eine Spack, oder? Die Dinger sind da im Schreien. Ist das irgendjemand? Wer zur Hölle ist Suimitsu? Ah ja, genau. Wakatsu-Restaurant. Scheiß auf alles andere. Ne, das Wilder Burger. Ich glaube, das war Katsu-Go. Hä? Achso, das war... Warte mal, weil die jetzt... Warte, 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 warte. Weil die jetzt ja auf 4 sind. Jetzt will ich was wissen. Danke, der hiervon näher kommt. Okay, vielleicht heißt es aber auch nur, dass ich noch nicht genug Punktexammel habe, um noch ein Level aufzusteigen mit denen. Mazu-Garai. Nakakure-Ram. Wakatsu-Kitchen. Genieteller, werde mit dir ein bisschen schlauer. Wakatsu-Restaurant Genieteller, eine wahre Omega-3-Bombe um dein Wissen zu steigern. Vergeht. An manchen Abenden gibt es vielleicht neue Gerichte auf der Speisekarte, weil sie nicht erhältlich sind. Ja, komm, scheiß drauf. Hä? Reiche Leute? Das ist 680 Yen, Alter. Was sind das? 3,50 Euro? Bist du mich verarschen? Ja, reiche Leute, ihr könnt sich das leisten. Bei 1000 Yen sind umgerechnet ungefähr 6 bis 7 Euro. Sagen wir mal eher im Moment an 6 Euro. Das heißt, du bist bei 680 vielleicht bei 3,50? Vielleicht bei 4? Das ist schon ein Genieteller bestellt. Fühle ich mich viel klüger. 2, 2, 2. Oh geil, wirklich 2? Immer 2? Fuck, immer nur die 3 Arschlöcher. Solche Penner. Ich geh lieber fressen, als dass ich dann da... Werde ich da immer schlauer nur einmal? Willkommen zurück! Was geht? Dem Lernen so satt. Hey, geben wir den Tartarus. Ich überleg's mir. Geil. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Kommst du auch in Yucatan? Die Prüfung in wenigen Tagen losgeht. Könnte ich eine Pause vom Lernvertrag? Na schön, ich komme auch mit, wenn du gehen wirst. Da, scheiße, da gehen wir halt in der fucking Tartarus. Wir müssen noch ein bisschen Action machen hier. Wir können nicht die ganze Zeit bloß lernen und irgendeinen anderen Scheiß machen. Taro Kari Holbrichstin zeigt eine Reaktion. Akana Kari Holbrichstin wurde zum Shuffle-Time hinzugefügt. Schaden von Großangriffen steigt, bis du den Tartarus für heute verlässt. Oh. Ich habe dich erwartet. Marvellous. Ja. Du solltest diese Karten einsammeln, wenn du sie findest. Nach einem großen Kampf eine besondere Karte erhalten, dann wird der Shuffle-Time eine große Akana-Karte hinzugefügt. Große Akana. Das wird sich als äußerst nützliche Ressource erweisen. Haben wir jetzt irgendwie genug Personas eigentlich, um ein bisschen rumzufusionieren? Nein. Nein, aber nicht. Man war echt abgefahren, Alter. Wir müssen einen Film draus machen. Komm schon, gehen wir. Warte erst einmal. Habe ich ihn jetzt raus? Scheiße. Mann, der Monorail wäre heute... Sind wir alle heute noch hier in der Lage, ein bisschen der Not das Heft in die Hand zu nehmen. Das Zeug zum Anführer. Bleib zu einer Stützung hier. Kann ich irgendwas für dich tun? Lieber nicht. Das sind so... Die Übersetzungen sind schon ein bisschen speziell oder teilweise finde ich auch falsch. Weil ich meine, wenn du jetzt mit ihm redest, bla bla bla. Warte erst einmal, lass mich drüber nachdenken. Das sind für mich beides Verneinungen, Alter, dass wir den nicht mitnehmen. Sagen, weißt du noch, was ich gesagt habe, dass der Tatros in verschiedenen Bereichen unterteilt ist? Pentezileas Kraft habe ich ein ungewöhnliches Signal jenseits der 20. Ebene entdeckt. Es könnte sich etwas verschoben haben, also möchte ich, dass du dorthin gehst. Wir zählen auf dich. Okay. Lass einfach alles zu dir zurück. Ist das... Wie erwartet du diese Ebene? Ich spüre keinen Gegner, kannst du dich mal umsehen? Wenn es auf uns zukommt, also sei am besten vorsichtig. Was ist das für ein Beben? Vorsicht! Was ist das für ein Beben? Was ist das für ein Beben? Was ist das für ein Beben? Ich muss das für ein Beben? Was ist das für ein Beben? Das für ein Beben ist anders. Ich spüre eine starke Kraft voraus. so'n sehr geil aus. Ah, sehr schön. Garu war's hier, ne? Oh, der Sack hat überlebt. Warum hat'n diese Sache überlebt? Was war das? Ne, kann ich nicht zerstören. Maragi-Juwel? Alter, das schaut so strange aus. Finde ich geil. Oh Gott. Okay, das ist es nicht. Garu wahrscheinlich auch nicht. Oh, er widersteht sogar. Also, er hört sich wahrscheinlich eher nach Zio an. Auch nicht. Fuck, dann wahrscheinlich eher Bufu, ne? Ja, da haben wir's. Wenn er das macht, dann haben wir die Schwäche erwischt. Du wirst. Jetzt gehen wir weiter. Okay. Lass mich shuffeln. Okay, dann. Ich will hier shuffeln, Mann. Ah, in so'n blauen sind's viele. Hey, da ist ein Tresdorf. Ey, dass das so nach oben und unten geht, macht mich fertig. Okay. Okay, das ist ein Tresdorf. Das ist ein Tresdorf. Da ist ein Tresdorf. Das ist ein Tresdorf. Das ist ein Tresdorf. Ja, mir ziehen wir da zu wenig ab, oder? Doch nicht. Yeah, Shuffle. Die Skillcard, ja. Na ja, her mit der Kohle. Oh, Städte! Warte mal, wir sind noch nicht fertig. Ja, aber so viel ist da glaube ich nicht mehr. Ey, es schaut geil aus vom Style. Und das ist das, was ich halt im PSP-Ding vermisst hab einfach. Alles klar. Wir haben uns zu Hause gemacht. Alles auf diesem Pferd. Röger das. Sollen wir dann weitergehen? Oh Gott. Sehr gut. Ah, fuck, alter. Was ist das? Ah, okay. Bei denen weiß ich schon, was das ist. Agiii. Was? Ähm. Wofu, nee. Zieh um. Okay, Zieh um. Oh, der Sack kann selber ziehen. Ah. Garen? Scheiße. Das wäre jetzt das letzte. Ich dachte, ich weiß noch, was die haben. Ich kann es immer noch nicht irgendwie abbrechen. Ich muss mal nachschauen, ob das geht. Uh. Ja, Einhorn nehmen wir mit. And that's how it's done. There you have it. Eisenbesteck. Nein. Nein. Oh, komm. Schweinerei. Hä? Ich habe noch sechs Stück. Lichtamulett. We're going back. But it's your call. Denke ich mir, warum sollte ich nach drei Ebenen eigentlich schon wieder hochgehen? Oder eher zwei. Let's get the movement on party people. ich glaube dass bei dem agg wird oder ja das hat man das gesehen ja dachte ich mir aber das können wirken oder auch nicht kommt bei dir geht es aber zu auch nicht doch garo wegen wind oder was denn wie das städter ich scheiße ist rechtlich du hast gewonnen, jetzt gehen wir weiter okay, gehen wir weiter die füge auf der wahl sind wirklich schrecklich siehst du nicht wirklich, siehst du? hey, da ist eine trage... Frost-Ohrringe. Lass mich vorbei jetzt. Das Gute ist, mit Makoto kann ich halt einfach wieder die Gegner auslutschen, Alter. Und dann geht die Sache wieder. Das hört sich so falsch an irgendwie. Uh, das war knapp. Oh, ich hab auch keinen Vorteil rausgeholt. Scheiße, was hatten die nochmal? Garu. Hab ich mit dem überhaupt Garu gehabt? Das ist ein Problem. Den haben wir ja schon. Also Kohle. Ja, vorne ist auf 8 hoch. Die Ebene hat aber jetzt nicht viel gehabt eigentlich. Wir machen es nicht viel. Bis zum nächsten Mal. Drei-Nahme 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 Bis zum nächsten Mal.